Hier sind wir jetzt im Club Altjana Alcadesse angekommen. Der Matthias hat seine Swipe gezogen. Genau. So, hier haben wir unser kleines Wohnzimmer mit Fernseher, Bar. Schön. Dann haben wir hier ein Einzel-Einschlafzimmer. Mit Blut. Ein kleiner Balkon ist da mit dabei. Und hier unten ist der Strand. Ganz, ganz toll. Raumhaft schön, die Swipe. Hier haben wir ein Bad. Mit begehbarer Dusche. Toilette, Bademälder, Shampoo. Und hier rüben haben wir dann das zweite Schlafzimmer. Überall mit Fernseher. Und hier haben wir sogar eine Badewanne. Raumhaft schön. Das könnte auch so ein Familienzimmer sein, würde ich mal sagen. Es ist echt richtig ganz, ganz toll hier eingerichtet. Ich zeige euch draußen noch mal die Terrasse. Mit zwei Liegen. Och, und vier Stühle. Traumhaft schön. Und ein Blick zum Meer. Bombastisch. Ich bin der Hubert. Ich zeige euch die ganzen Filme. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Einfach unten auf Abonnieren drücken. Dann seht ihr auch die weiteren Filme von mir. Ich wünsche euch viel Spaß. Club Altiana Alcadessa. Club sagt man eigentlich nichts mehr. Heißt jetzt nur noch Altiana Alcadessa. Aber traumhaft schön. Viel Spaß mit meinen Videos. Wir machen jetzt die ganze Andalusien machen wir durch. Über Marbea bis Trommelinus hoch. Wir haben verschiedene Hotels, wo wir uns besichtigen. Und dann seht ihr noch jede Menge von mir. Bis dann. Tschüss.